Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Mickey Mouse Magic Quest. So, neues Headset, neues Level. Hört sich gut an. Fangen wir an. Dark Forest. Hört sich nicht so gut an, aber wir machen es trotzdem. Und da ist wieder der weise alte Mann. Du hast dich sehr gut geschlagen gegen die Magie des Emperors, wie ich sehe. Oh, Zauberer. Was machst du hier? Oh, ich bin hierher gekommen, um dir diesen magischen Turban zu geben. Gott, danke. Aber was macht es? Mit diesen Turban wirst du die Macht haben, Magie zu benutzen. Und sehr lange unter Wasser zu bleiben. Benutze es weise und vorsichtig. Oh, cool. Cool, 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 cool. Yeah. So, jetzt können wir... Was können wir jetzt? Also, wir können Magie benutzen und lange unter Wasser bleiben. Das soll uns nützlich sein. Denke ich mal. Okay, nächstes Level. Hier ist... Hier ist... Okay. Wabah. Okay. Hält. Nicht sehr lange, der Zauber. Was? Oh mein Gott. Wie soll ich... Oh, cool. Folgen wir nicht unendlich weit. Das ist erfreulich. Oh mein Gott. Stirb. Oho. Verdammte Scheiße. Geh weg. Nein. Der hat mir die Eier abgebissen. Dreck. Und das ist das Telefon. Ich bin gleich wieder da. Und wieder zurück. Telefongespräch. Ganz schnell und locker. Vom Hocker. Ah, ich krieg neuer Münzen. Okay. Aber neuer Münzen bringen mir auch nichts, wenn ich keine Leben hab. Und in Läden, wo alles ausverkauft ist, bringt mir Geld sowieso nichts. Also, was soll's. Okay, lassen wir ihn erstmal einmal spucken hier. Und dann holen wir uns diese Lampe, die uns anscheinend nichts gebracht hat. Wow, wow, wow. Oh, da kommt der eierbeißende Fisch. Kann ich von hier nach da? Oh, war das knapp. Okay. Oh, da ist noch so ein eierbeißender Fisch. Geh weg. Hier hoch. Wieso versucht alles Micky zu töten? Ob es Bohnen, Fische, Seesterne sind, alles versucht ihn zu töten. Da stellt sich nur die Frage, wer jetzt eigentlich der Böse ist. Micky oder Carlo oder Carlos oder wie er heißt. Nee, er hieß ja, genau, Piet. Ah, okay. So, weg mit dir. Oh mein Gott, oh mein Gott. Geschafft. Jawohl. Weiter. Weiter, weiter, weiter. Da. Safe stat. Okay. Verwandeln. Oder verkleiden. Und alle die Lampe aufhören. Oh. Unter Wasser. Öffne dich. Was zur Hölle? Die Teile verfolgen einem. Das ist fies. Eioh, knappe Sache. Wie nicht in jedem Spiel alle Unterwasserlevel einfach nur scheiße sind. Ob es Donkey Kong ist, ob es Mega Man ist oder ob es dieses Mickey Mausspiel ist. Überall sind sie einfach nur scheiße. So, komm, schnapp dir die Lampe, Mickey. Hoch. Ey, ey, ey. Stör. Okay. Natürlich, Holzwürmer im Wasser. Dort sind sie natürlich am allerliebsten. Da, knappe. Okay, dort. Auf geht's. Es geht weiter. Und hier lang. So, ich würde vorschlagen, wir verwandeln uns erstmal zurück. Hüpfen hier hoch. Da hoch. Und noch einen weiter hoch. Boah, sieht nach Endgegner aus. Und das ist auch einer. Ih, das ist der Bruder von dem anderen Viech. Ah, schieß seine Unterhose. Mann, verdammte Scheiße. Ich werde mich, da ist der Bruder, aber noch ein paar Mal. Okay. Und hier war's. Ich hab mich.